Liebe Community, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von kurz und gut. Was ist diese Woche passiert? Was ist aufgefallen? Was hat uns bewegt? Es war, wenn man das zusammenfassen kann, die Woche der großen politischen Duelle, des politischen Zweikamms auf verschiedenen Bühnen. Wir steigen gleich ein mit der Europäischen Union. Da hat sich Kommissionspräsidentin von der Leyen einen Zweikampf, eben ein Duell geliefert mit Viktor Orban, dem ungarischen Ministerpräsidenten. Von der Leyen hat Orban stark attackiert. Sie hat ihm Russland Feindschaft und anderes unterstellt und undemokratische Machenschaften. Orban hat dann in einer feurigen Rede repliziert darauf geantwortet, je nachdem, in welchem politischen Lage man steht. Da hat man natürlich verschiedene Sympathien. Aber jetzt aus der neutralen Schweiz betrachtet, muss ich doch sagen, dass die Argumente von Viktor Orban mich mehr überzeugt haben. Er hat die Vorhaltungen von von der Leyen zurückgewiesen und gesagt, es sei schade, dass sie quasi die Präsidentschaft, auch die Arbeiterkommission dermassen politisierend auf eine parteipolitische Auseinandersetzung herunterbreche. Zum Kernthema Russland-Ukraine-Konflikt. Er hat auch andere angesprochen, aber es war sicher das Wichtigste in seiner Replik, in seiner Antwort auf von der Leyen. Da hat er meines Erachtens völlig normale Dinge gesagt. Common Sense, was eigentlich der gesunde Menschenverstand auch so sehen würde, was aber die Europäische Union und von der Leyen ganz anders sehen. Er hat betont, was da für ein Schlachten abgehe an dieser Front, dass da sehr viele Leute sterben, auch während der gerade Rede hier, während da die grossen Politiker, die grossen Reden schwingen würden, würden Tausende sterben in diesem Krieg. Er nimmt das sehr ernst und hat gesagt, es sei eigentlich keine Strategie, die zum Ziel führt, was da die Europäer und auch die Amerikaner da verfolgen, nämlich da auf Sieg zu spielen und quasi eine Entscheidung auf dem Schlachtfeld herbeizwingen zu wollen. Das könne nicht funktionieren und das werde noch sehr viel mehr Opfer fordern. Orban sagt, von mir aus gesehen, etwas völlig Vernünftiges. Man müsse da eine Friedenslösung anpeilen, man müsse miteinander reden, direkt oder indirekt, hinter den Kulissen natürlich zuerst einmal. Man müsse da ins Gespräch kommen und da sind natürlich die Vorstöße jetzt von Südländern sehr wichtig und richtig. Auch die Schweiz hat sich da angeschlossen und das ist eine gute Entwicklung, wenn man zurückdenkt an die Bürgenstock-Konferenz und anderes, was doch eine relativ einseitige Selensky-Show war, eine sehr einseitige. Und ja, dass keine Annäherung so zustande kommen kann, ist klar. Orban hat hier einen wunden Punkt getroffen und das eigentlich nüchtern analysiert. Er wurde deswegen nicht mit Lob und Dank überschüttert natürlich. Er wird angefeindet, weil er eben anders ist, weil er sich traut, gewisse Dinge anzusprechen, auch zum Beispiel in der Migrationspolitik. Das zweite grosse Duell, Rededuell, eine Redeschlacht, die eine befreiende Wirkung vielleicht haben kann, habe ich in Deutschland festgestellt und beobachtet. Welt TV hat da das erste Fernsehduell gebracht zwischen Sarah Wagenknecht, BSW, die Partei, die nach ihr benannt ist, Bündnis Sarah Wagenknecht und Alice Weidel, der Co-Chef in der Alternative für Deutschland. Es sind die beiden interessantesten, attraktivsten, politisch gesehen Powerfrauen der deutschen Politik. Sehr einflussreich, sehr redegewandt. In vielen Positionen, das ist da interessant zu beobachten, sind sie sogar einig, diese linke und rechte Politikerin. Auch was den Ukraine-Konflikt, den Krieg dort betrifft, sind sie ebenfalls stark für eine diplomatische, für eine Friedenslösung und nicht für ein weiteres Abschlachten da auf dem Schlachtfeld. Das haben sie klar geäussert und übrigens deckungsgleich eigentlich mit Viktor Orban, den ich zuvor erwähnt habe. Auch in der Migrationspolitik gibt es interessante Überschneidungen, allerdings ist da doch Wagenknecht ein bisschen weicher und vielleicht auch weniger konsequent, zum Beispiel was die Rückschaffung von Leuten betrifft, die eben hier kein Asyl bekommen haben. Und Wagenknecht meinte da als Linke, wenn die integriert sind, dann sollen sie doch bleiben. Alles Weidel hat dann auf Recht und Gesetz verwiesen und gesagt, man müsse dem selbstverständlich Folge leisten. Ein interessantes Duell mit ja nicht ganz klarem Ausgang, wer da eigentlich obenauf am Schluss war, wer obenauf gewungen hat. Aber es ist sicher sehr unterhaltsam gewesen, interessant zum Nachschauen und eben auch, ich verspreche mir davon, noch eine gewisse befreiende Wirkung für die deutsche Debatte. Die Öffentlich-Rechtlichen haben sie nicht fertiggebracht, diese beiden Frauen einzuladen gemeinsam. Das musste ein kleines oder halbkleines privates Fernsehen der Welt in Berlin machen. Das ist schon interessant. Und diese Frauen haben doch eine, ja, ich würde sagen, erwachsene, ernsthafte Debatte über ernste Themen geführt. Sie haben sich zwischendurch auch angefeindet, das gehört zum politischen Sport, zum Kampf. Das soll auch so sein, kein Problem. Aber es ist doch zum Vorschlag gekommen, dass sie wirklich die richtigen, die realen Probleme Deutschlands adressieren und klar aussprechen. Und das ist etwas, was man ja in der Ampelregierung und sonst auch in der deutschen Öffentlichkeit, in dieser sehr engen Debatte, wo viele mit so engen ideologischen Unterhosen unterwegs sind, eben sehr oft vermisst. Also das könnte doch ein Befreiungsschlag sein, wenn man jetzt anfängt, miteinander zu reden und eben wirklich über das spricht, was wehtut, wo die Probleme sind und daran macht die Wirtschaftspolitik. Und da sehe ich doch gewisse Zweifel bei der BSW, beim BSW und bei Sarah Wagenknecht, ja, was sie da wie marktwirtschaftlich, wie liberal sie da sind. Die FAZ hat nämlich Sarah Wagenknecht, die ehemalige Kommunistin, zur Marktwirtschaftlin hochgeschrieben. Ich bin da ein bisschen skeptisch, nicht nur vor dem Hintergrund der Äußerungen, die sie früher gemacht hat, wo sie geschwärmt hat für Kuba oder Venezuela. Das hat ja auch Alice Weidel in der Sendung vorgehalten. Auch heute noch, sie ist für grössere Staatsverschuldungen, für Infrastrukturprojekte, Sparpläne hört man von ihr relativ wenig und das wäre schon eine gute Schrumpfkur, die da bei der öffentlichen Hand nötig wäre. Wichtig ist insbesondere, dass die deutschen Unternehmen, wie alle Unternehmen in anderen Ländern auch, eben gute freie Rahmenbedingungen haben und möglichst unbehelligt vom Staat eben wirtschaften können. Und da sehe ich doch gewisse Fragezeichen bei dieser Linkspartei, was da die Wirtschaftspolitik betrifft. Ein drittes Thema, und damit komme ich in die Schweiz, ist eigentlich eine Art Wiedergängerigen. Hier ein Thema, das uns immer wieder beschäftigt, nämlich Viola Amherd, die Verteidigungsministerin, die Sicherheitsvorsteherin, eigentlich muss man sagen, die Unsicherheitsministerin der Schweiz. Ups, schädierte gern, könnte man sagen. Wieder quasi schlechte Nachrichten aus ihrem Departement. Erstens ein Rüstungsdeal. Da hat eine deutsche Firma jetzt sich angemeldet, geklagt und gesagt, sie sei über den Tisch gezogen worden von der Schweizer Rüstungsschmiede Ruag. Sie habe da 40 Millionen zu viel bezahlt. Das ist die eine schlechte Nachricht. Die andere, die politisch noch wichtiger ist, die Schweiz verzichtet auf eine ihr zustehende Waffenlieferung, vorerst von einer deutschen Rüstungsfirma in diesem Fall. Da geht es gerade umgekehrt um das Geschäft. Sie verzichtet darauf und sagt, ja, könnte dann irgendwann später liefern, zugunsten von Deutschland. Und was macht Deutschland mit diesen Panzerfäusten, mit diesen Waffen? Sie wird sie umgehend an die Ukraine auf ein Schlachtfeld liefern. Das ist nicht das, was die neutrale Schweiz eigentlich tun sollte. Man argumentiert da ja, formal juristisch sei neutralitätsrechtlich kein Problem. Ich sehe das anders. Es ist völlig klar, dass das eine Unterstützung ist, wenn auch nicht, ja, wenn auch bis um sieben Ecken herum eines kriegsführenden Parteis. Und das ist neutralitätsrechtlich natürlich nicht das, was man sich in der Schweiz vorstellt und wünscht. Das ist ein kritischer Punkt dabei, die neutralitätspolitische Dimension. Die andere ist aber die, dass wir einen Bundesrat haben, eine Regierung, die offenbar nicht die eigene Bevölkerung schützen will, sondern lieber irgendwelche Waffen in der Welt auf Kriegsschauplätze verschiebt. Und das ist doch sehr merkwürdig. Das wäre der primäre Auftrag des Staates, eben die Sicherheit der eigenen Bevölkerung sicherzustellen und nicht etwas anderes zu tun. Also nicht unbedingt die Achse, zum Beispiel in diesem konkreten Fall, die Achse Berlin-Kiew zu stärken. Ich komme bereits zu den Good News. Die sind verpackt, ein bisschen dialektisch, auch mit schlechten Nachrichten. Aber ich will sie doch hier als Good News annoncieren. Da hat nämlich Hillary Clinton in den USA allseits bekannt, die Frau, ehemalige Außenministerin der USA und Gartines ehemaligen Präsidenten Bill Clinton ein interessantes Interview gegeben, wo sie sich freiwillig, unfreiwillig verraten hat. Sie hat nämlich gesagt, we lose total control. Wir verlieren die totale Kontrolle oder wir verlieren total die Kontrolle, je nachdem, wie man das übersetzt. Und sie hat gemeint, dass sie die Kontrolle verlieren. Also vielleicht ihre Verbündeten, vielleicht die beiden Regierungen, aber auch vielleicht so mächtige Leute wie Clintons oder generell einfach die, ja, sagen wir so, die linksliberale Elite, verlieren die Kontrolle in den sozialen Medien. Man müsse die sozialen Medien, die grossen Plattformen da stärker regulieren. Ansonsten eben gehe die Kontrolle verloren. Und das ist doch eine sehr bemerkenswerte Aussage. Good News in dem Sinn, dass wir Klarheit haben, und eine weitere Bestätigung für das, was zum Beispiel an Elon Musk immer schon gesagt hat, seit er da bei Ex ehemals Twitter am Ruder ist, dass eben hier staatliche Stellen enormen Einfluss ausüben, auch Zensur. Und diese Offenbarung seit von Clinton ist doch sehr bemerkenswert und muss uns hellhörig machen. Und ja, wir müssen weiterkämpfen für diese Freiheit der Debatte. Das ist ein Grundanliegen, wenn ihr hier meine Sendungen schaut. Ja, das ist ein Kern der Demokratie, wenn nicht der Kern, Meinungsäusserungsfreiheit. Und die wird leider immer stärker eingeschränkt, auch mit diesen neuen technischen Möglichkeiten. Das Freiheitsversprechen des Internets droht da quasi dialektisch in sein Gegenteil zu kippen. Und da müssen wir sehr aufpassen und dagegen ankämpfen und für unsere Freiheit des Wortes auch in den sozialen Medien kämpfen. Das war's für heute von Kurz und Gut. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr dabei wart. Und ich wünsche euch ein schönes Wochenende und freue mich schon auf die nächste Sendung am nächsten Samstag früh um sechs aufgeschaltet hier auf hochzwei.tv. Vielen Dank, tschüss, macht's gut. Vielen Dank, tschüss, macht's gut.